Pro Konzentrierte Ich merke zwei ochre erst den hinteren Drei zwei ein 3-2-1 Was ist denn 3-2-1 und bekommt zurück bei staffel 22 mit der folge 14 wir haben in der letzten folge erobert haben leider ein verlust gehabt sie ist von uns gegangen im kill war erst immer vor crash Spot aktiviert im moment im trinken verteilt alle wohin wollt ihr mein alter partner hier ist auch das andere informiert werden Aber nur wenn die den Code haben. Ja, ist doch kein Problem. Können die seit dem Update die Türen öffnen? Keine Ahnung. Ich hoffe doch nicht. Ja genau, das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht. Alter, ist das... Ist das laut ey. Ja, es geht. Ich habe hier so einen Truppensee, die kann man nicht gebrauchen. Oh, nice, ja klar. Kannst du jetzt alle abholen, naja. Probier es mal. Sieht am besten nach Hause, aber gut. Mein Gott, dieser Alarm. Wo sind sie denn? Jetzt kommen sie alle runter. Sind jetzt rum, die ersten. Zwei, drei. 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 Eins. Nicht die Tür aufmachen. Wir sind direkt da. Drei. Warte, warte. Einer kommt nach die Treppe runter. Zwei kommen nach die Treppe. Zwei kommen nach die Treppe. Oben ist auch noch einer. Sechs. Kannst du gleich mal... Direkt bei mir vorm Fenster zu. Alter, nochmal zwei auf dem Dach. Warte, warte. Die nächsten zwei kommen runter. Sieben, acht. Warte, warte, warte. Der bewegt sich gerade. So, innen. Drei. Zwei. Eins. Jetzt. Zu. Oh, die oben ist noch drauf. Was, was? Oh, die oben ist noch drauf. Oh, die oben ist noch auf dem Fenster. Wow. Kann man eine Tür öffnen, wenn ich jetzt sage? Warte, ich gehe in die Ecke und öffne. Okay, mach die. Fertig? Zwei. 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 Wow. Hat er aber nicht. Ich flieg schon mal zu euch mit dem Großen. Oh. Der hat acht schon das Leben. Ja. Ja, ja. Fertig? Ja, ja. Oh, zwei Stück. Zu, zu, zu. Einen haben wir. Zu, zu, zu. Oh, hier vorne ist einer. Eine Tür. Warte. Warte, wenn ich jetzt sage? Auf. Äh, direkt vor. Wenn ich aufmache, bin ich weg. Dann geh doch hier. Hier, hier um rauf. Hier um rauf. Ja, das stimmt. Warte, ich sehe hier so beschissene andere. Ja. Oh, jetzt hat er sie gerade bewegt. Jetzt geht er wieder hoch. Jetzt geht er wieder hoch. Aua. Hier geht die Treppe hoch. Tür auf. Naja, zu spät, zu spät. Nein, 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 nein. Jetzt, jetzt, jetzt. Das geht auch ganz gut. Einfach an, wie sie eine Tür aufmachen. Ja, genau. An, wie sie eine Tür aufmachen. Jetzt gehen wir wieder hoch. Jetzt gehen wir wieder hoch. Jetzt gehen wir wieder hoch. Warte mal. Kannst du vielleicht zum Hecken? Nein, 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 nein. Ich sehe nicht einen einzigen. Oh, einer ist in den roten Bereich reingegangen. Okay. Äh, Leute, wie sieht's jetzt aus? Sind die, äh, Heavis bald weg? Nein. Warte, warte. Naja, kann's kommen. Habt ihr gesagt? Da sind sie rein. Zwei Headshots? Hinter der Crate ist er. Einer ist hier hinten bei dem, zwischen rot und blau. Waren der Schroffüttentyp? Den können wir da so ballern. Bei Südosten. Da hinten so. So wie wir immer schießen. Ja. Und da hinten, da, dahinter ist auch noch. Okay, bleib, 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 bleib. Bleib, bleib, bleib. Nein, 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 nein. Auch noch wieder. Jo, drei, zwei, kommst du wieder? Mach da nicht immer! Einer ist da, ich mach sie. Aua. Pass auf, da kommt gerade. Das waren, das waren mehrere. Einer ist schon voll down gewesen. Ich hab ihn getroffen. Warte, da. Einer ist down. Einer ist safe. Einer ist safe. Nice. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Boah, holy shit, Alter. Mit der AK ist halt komplett broke, wegen so wenig Muni. Hm. Da hatte ich sie einen ganz hinten. Nimm den Bogen. Warte mal. Mach mal die Tür auf, wenn ich jetzt sag. Äh. Jetzt. Ist das down? Ja. Wäre fast einer reingekommen, rechts. Gegenüber von uns. Schultz weiß noch, wo sie mal reingekommen sind. Ja. Und da ist noch einer. Okay, wo ist noch einer? Einer ist noch oben, hier über uns. Ja, der ist egal. Einer hast du gekriegt, ne? Ja. 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 Da einer liegt da. Pass auf, stopp, Odi. Rechts um der Ecke. Wo? Wenn du rausgehst. Wenn du direkt rausgehst. Ich hab ihn sehen, ja. Weil ich sehe jetzt einfach mal kurz raus. Oh, der steht hier vorne. Mach mal auf. Looky, looky. Ah, einer ist oben. Einer, ich sehe einen. Ich sehe halt bei mir leider gerade gar keinen. Ja, der ist, der kommt. Tür zurück. Nein. Ich hab... Aber besser, bevor der reinkommt. Hier vorne hoppt er, hier vorne hoppt er. Guckt hier rein. Denkt sich so, ihr Spasten, Alter. Wenn ich besser programmiert wäre, ich würde reinkommen, Alter, und würde euch zerlegen. Da guck mal, da ist auch noch einer auf 140. Wie viele sind denn da jetzt noch? Ich bin noch zwei. Elf. Ja, jetzt. Mach mal die Tür auf. Da ist noch einer dahinten, am blauen Container. Zwischen rot und blau. Hier kann man sich das lecken. Ja, genau. So. Welcher Fierball? Oh, scheiße. Bin down. Wer hat mich jetzt... Hast du mir einen Rücken geschossen? Kann sein? Kann sein. Vielleicht ein Schuss. Zappeln, man vorne. Okay. Kannst du mit Maurice fliegen? Oh, okay. Das war jetzt... Nee, nee. Ich kann da jetzt nicht mal zurückfliegen. Das ist zu weit weg. Sorry, Odi. Aber da müsste ich nochmal kommen. Oh, alles gut. Alles gut. Ich bin im Boot. Alter, da stehen vier Stück oder so. Geradeaus. Genau geradeaus steht einer. Ja. Äh, Odi. Du musst ja hierher. Kannst du mir spritzen und spritzen eigentlich hauptsächlich. Ich habe mich jetzt erstmal mit Bandagen hoch. Hat einer noch und vielleicht ein paar Klamotten. Hat einer noch und vielleicht ein paar Klamotten. Hat einer noch? Klamotten haben wir doch hier noch. Na, drei Bandagen habe ich noch. Ja. Ja, ich habe auch noch spritzen und... Naja. Warte, wo haben wir einen? Ich weiß gar nicht mehr. Wenn ich aufmache... Einer kommt die Treppe runter. Naja, genau vor uns jetzt hier. Okay, warte, warte, warte. Ja, direkt vor der Crate. Und... Und... Warte. Bei uns, äh... Ich habe Angst, dass ich dich treffe, weil du mal... Ja, ja, ja. Ich hätte mehr Angst davor von einem Spielern mit erschützt zu werden. Mittlerweile. Schlimmer, guck. Schlimmer. 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 Ach Gott, ey. Guck mal hier. Ja, ich habe gesehen. Ich mache einfach so, wenn ich schieße, bewege ich mich dann einfach nicht. Ja, das MG. Ja, für den müssen wir aufpassen. Ich mache mal kurz auf und gucken, ob da links was ist. Vorsicht. Mach auch mal auf. Pass auf. Oh, shit. Leute, ich habe so ein hartes Money-Problem. Ich habe noch 27 Schuss. Komm zu uns bei Oli sind noch 37 in der Leiche. Äh, hm. Jetzt wird es auch dunkel. Beide sind schon. Ja, Leute, bitte. Ich muss jetzt zu euch kommen. Hat keinen Sinn. Ansonsten ja frierig. Ja, mach was draus. Gellium. Hä, wo ist der, alter? Abwohl, warte. So, Schäppi, was los? Ich mach mal oben. Ich mach mal Runde Bogen Action. Links von uns steht der mit dem MG nicht aufmachen, jetzt läuft einer vorbei. Der muss ja schon, ah, der muss ja schon über eine Lose sein, alter. Also sind es alle bei uns. Hat so eine Granate, ne? Ich steh dir hier jetzt. Zwei Stück direkt vor der Tür. Nicht aufmachen. Ihr seid direkt neben uns, oder? Du kannst schon mal losfliegen. Dann stehst du halt ein bisschen rum. Alter, mit einem MG, scheiße. Kann ich doch nicht. Ich hab die Runde, ich hab die Runde. Ich hab die Runde, ich hab die Runde. Ich hab die Runde, ich hab die Runde, ich hab die Runde, ich hab die Runde, ich hab die Runde. Nein, 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 wir sind direkt vor der Tür. Nein, 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 nein. das problem ist halt wenn man keine muni hat und man zu sparsam sein muss ja ich sehe einen direkt vor den schaffe ich jetzt drei headshots und er kippt nicht um die sau wo die wenn du ein landfisch kann ich probieren bisschen stoff zusammen zusammen zu haben das ist das 3 3 ich bin bei dir da ist aber alle geradeaus ganz geradeaus steht einer roten wenn er mich ein bisschen schreck erst den hinteren 3 2 1 3 2 1 was ist denn 3 2 1 1 trifft vor allem die kate jetzt bestimmt schon gleich noch einer vor der tür alle bei uns dann ist die man an die tür auf 3 2 1 stop da sind zwei mit dem bogen mach ich ein schuss gibt jetzt noch ich packe jetzt unten was rein jetzt schon schon mal ein paar spritzen ich zeig mal was du kannst leuchten oder es ist wir müssen alles gut ich weiß wo lang ein boot kleines boot wir kommen dann überhaupt nicht raus so egal dann sollen die uns die ja dann müssen wir die lichter drinnen ausmachen ist denn jetzt damit der stein kommt die sonne ich schaue weiter auf die kiste ist ja gut also der erste body ist schon dies bohrend da soll einer mal vorsichtig raus ich hab ich hab den ersten schon direkt einfach mal ich hab falls ich dann sterbe ja der geht auf die kleine er zwar schnell so not late rennt zu uns in den raum ich habe ein netz ein theoretisch müssten es jetzt noch zwei stück sein wo sind sie ich hab mir das nicht hin ich hab mir das waffe mit dem so ich schaue es mal raus hier ist hier ist die rote rote ok keiner mehr da oder wie doch doch da aua nein wo bin tot direkt vor der tür der war in dem blauen raum drin sehr genau vor der tür ist die treppe wo lag es nicht mehr energetik energetik ist direkt da in der tür drin wirst du direkt vor der tür hast du den erwischt ne leider nicht soll ich dir mal locken gehen wo sind denn morris und die fahrer wir haben keine waffen oben auf dem pad da kommt er moin jungs ich würde es nur in der g6 boah was des alter des durch die tür durch schnell sprust steimer war nice habt ihr ja den hier haben wir dann müsste das jetzt eigentlich gewesen sein warte ein spiel habt ihr oder was ne 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 pass auf die spieler da ist noch ein spieler drauf alter war ich nicht mehr ich glaube sogar zwei spiele eine oder zwei haust du noch munich schlimmer nimm ruhig pass auf ich und er in und dem mobil kommen jetzt hoch und da können wir euch callen und dann müssen wir aber nochmal herfahren ja ist halt so hast du noch was zum allen stoffen oder ne bandage hab ich alles hab ich alles ich war doch noch im body wir looted alle gar nichts voll ist guck doch mal ich dachte ja nicht dass du was drin ist seid ihr draußen schon wo war der heli der große der war auf der eisinsel gegenüber bei g22 der ist noch alles jetzt hier auf der voll weg und haben helft an von euch alle außer bleibt ich habe auch ich habe auch keinen die leute die leute die in es mit haben springen runter um das beste du zu sehen weiße die tauchen dann kurz unter und fahren mit dem bot einfach erstmal kurz ein paar meter weg die kiste ist noch nicht gelootet die kiste ist noch nicht gelootet ich muss euch nicht rausgehen aber ich bin voll zumindest habe ich es nicht gesehen dass sie die gelootet haben ich bin aber auch nicht die ganze Zeit auf dem Fenster geguckt ob der in der blauen kiste in der blauen äh Shepard Shepard ist gerade draußen Shepard ist gerade draußen und guckt kannst du mal gucken ob du die kiste looten kannst ja thompson hq einzeln tür in der kirche der in der kose oder was ja techtrash ist noch drin 1 blade ja lass eine sache am besten drin ja ich lade jetzt meine thompson nach wer ist bei hüften auch rum ich nicht also über jules ist einer gewesen hier hier bin ich halt du bist clear äh bots sind auf jeden Fall schon mal nicht mehr ich habe mal deine mitgenommen ähm boot achso eine güte hat mich zu so ist jetzt äh kann ja kommt einfach mal selber gucken ich müsste eigentlich safe sagen halt einfach einsammeln den scheiß genau ne ich habe schon ein bisschen was getauscht zwei thompson waren drin äh eine einzelne hq-tür sollt schon sagen ja aber nicht hier schon irgendwo uns eins ist ach jetzt schweber liegt hier hier dich bleibt mit seiner mp hm die semi habe ich schon äh der hat einen kompotbogen alter was hat denn euch getötet ey kann jemand die geschenke stecken ich hab zwei oder hier ist eine mp zur not hinter dir wo ist denn meine leiche frag mal anders äh hier habt ihr die note gerade eben er hat jemand essen ich habe noch waffen willst du sie mir haben hat jemand essen nein hier wo die semi moni das auch moris nicht leer machen ne essen essen habe ich ok ich hatte halt vorhin schon einen back gelootet als ich gedacht hab dass der dann jetzt auch die geschenke hier sind noch spritzen zwei jungs wer nimmt die geschenke ich habe zwei geschenke ich werfe die mal hier hin hier ist ein spritzen oder hier an der Tür warte 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 essen habe ich den geworfen schon ah nice danke na jungs dann abfahrt oder ja bist du äh wer nimmt die geschenke keine ahnung energetics ich kann sie auch achso du hast du jetzt bräuchte ich irgendwie noch mal ein mais oder kürbis oder es geht noch einer wurde nicht gelootet hier oh die hier ah ne das ist ich vergesse es ich brauche waffen ich kann ja ich kann ja warte 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 ich nehme den ich nehme den ich habe gerade hand gemacht dass wir sie gefunden hier meine spaß geben wenn du willst hier ich habe keine money dafür oder willst du brand money noch haben nein ich meine für die spaß die so wollen wir jetzt jetzt tschuldigung hast du jetzt blade erschossen nein ich bin abgerutscht blade ist aber auch weg ja nein auf der suche nach dem heli wo hast du denn jetzt wo hast du denn jetzt weg gemacht wir wollten doch dachte ich die friste da lassen achso ist gut aber wir blockieren es doch im endeffekt sonst ja gut komm lass uns jetzt abhauen genau hat wer mlg money mlg kenne ich gar nicht ne ich auch nicht äh multi äh nein ich habe ich habe ich habe ich habe die rote bekommt runter jetzt 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 na lernen wollen wir dann noch die dings holen den großen natürlich hat einer was zu essen war kein logisch habe ich habe ein mais ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe da ist vorne in der kiste bei uns 200 wo die jetzt schnell oder ich habe es schon kommt doch mal das scheiß boot ich habe ich habe ich habe ich habe das hier eingetan oder ich habe es in der kiste geht mal weiter da jules er ist in der kiste drin dann wenn du es hast dann geh doch dann ja ich fahre einfach schnell weg fahr 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 das ist der 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 seite ist es mehr er hat er hat mich auf dem der unter der 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 dem warum ich habe ich kam mir Da können wir den Heavy-Flieger benutzen, da können dann alle rein. Guckt mal vorne bei euch ins Boot rein, ob da was kommt. Haben wir jetzt irgendwas an Sprengkraft bekommen? Keine Ahnung, ich hab keine... Ich hab ne einzelne Granate, das ist das einzige was Bum macht bei mir, was ich da gefunden hab. Achso, ihr macht ja ein Campfire oder was, wegen dem Erfrieren. Die gepanzerte Einzelne Tür haben wir. Oh, für zwei Stücke ist es, ne? Oh, die Lowgrade, bitte. Hab ich doch, ich vergesse es, Alter. Oh, die Lowgrade bitte mitnehmen. In deinem Alter muss man es vielleicht noch mal... Rauchst du bei mir nicht. Muss ich bei dir nicht sicher gehen? Nee. Okay, gut. Maul. 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 Na, hat einer Holz schon in Lagerfeuer? Genau, wird noch mehr und so, damit alle wissen... Ne, ich hab kein Holz. Doch, ich hab 226 Holz. Ja, 75. Ich mach ein Dingsbund. 97 Prozent. Ich mach ein Lagerfeuer. Ja. Auch schon nach nem Body halten. Alter, du musst ja bis mal den Strom ein bisschen... Warst du denn in der Nähe von dem Heli, oder? Ja. Hier ist der Heli. Gut. Dann setzt mal besser das Lagerfeuer, sonst... Ähm... Ja, ich... Sieben Sekunden. Jo. Guck mal nach nem Body... Wir fährt ein Boot. Wo? Wo? Bei mir ist das Lagerfeuer. An der Base. Vorsicht, hier ist ne Fallstab... Die ist ne Schnappvolle. Ein Fallsschnitzel. Ein Fallsschnitzel. Kann man noch irgendwas zum Heilen? Ja. Ja. Ein paar Spritzen hab ich noch. Spritzen hab ich noch. Spritzen hab ich auch noch. Warte, hier. Acht Stück hab ich. Ah. Jo. Danke. Ja, das reicht. Ja, das reicht. So, wo soll denn das sein? Bist du irgendwie die Klippe runtergewatschelt oder was? Ja, irgendeine Klippe bin ich runtergewatschelt. Jo, ich bin trocken. Richtung Wasser? In der Richtung, wo ich bin. Ne, ne. Seid ihr alle trocken? Alle ich, da hinten. Da hinten? Ich bin trocken in der Zeit schon, ja. Mann, Maurice. Einmal mit Profis arbeiten. Oh, noch ein Boot hier bei mir. Ich hab hier wenigstens den Hedi rangeholt. Das muss leise sein, ne? Sonst gibt's gleich Schelle. Schelle, Ascherschelle. Ah, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Also Schlemmer muss vorsichtig sein. Musch ich das? Kann dir noch jemand nehmen? Musch du auch Schult? Ich hab noch trotzdem Inventar, ja. Wer du hasch denn jetzt? Hab schon, hast du alles? Ja, okay. So, wer fliegt denn? Ich nicht. Ich schreier den voll. Ich brauch noch unbedingt irgendjemand. Also ist hier jemand fast vorm Verhungern? Naja, 128. Ich würd was nehmen. Ich hab, ich hab null. So, rein mit euch. Äh, was brauchst du, hast null essen? Ja. Da. Da. Alle rein, alle rein, alle rein, alle rein. Äh. Kann man sich da verstehen, oder was? Alle drin jetzt? Ja. Ach du Scheiße. Let's go. Da geht bis zu 20 Mann rein, anscheinend. Das ist ja wie Bus fahren. Nur cooler. Ich will nach hinten. Ich will den Knopf drücken. Ich will den Knopf drücken. Ja, äh. Schulz, genau. Geh mal da hin und guck mal ob ich auf dem Sitz kann. Ich will ein Fenster. Hat sich auch schon probiert. Gerade geht nicht. Pass auf, weil im nächsten Update kommen die Fallschirme raus. Oder die Busse. Also wenn man den Bus fahren kann. Oder wie heißen diese, diese komischen Fallschirme, wo du so wie Batman fliegst? Ja, das Ding. Paraglider. Paraglider. Nee, äh. Weißen die so? Also die wirklich richtig. Wingman Suit. Genau. Meinst du die, wo man so schnell mit fliegen kann? Genau. Wie 200 Km-Dinger? Ja, genau. Das Teil hat noch, äh, keine Ahnung. Wie viel Leben hat das? 761? Okay. 761. Ja, Cola war ganz flott über die Map fliegen. Hey, 92. Hey. Aber Maurice, gib mal Gas. Jetzt stützen wir gleich ab. Jungs. Jungs. Die Warnsysteme schlagen gerade alle aus. Was mach ich? Ich werde mal probieren, wie weit man nach hinten gehen kann. Ja, ja, ja. Ja, warte. Brück mal. Brück mal. Brück mal. Geil. Auf. Weißt du, was bestimmt geil ist? Wenn du dann um die Base fliegst und drei, vier Leute schießen von oben mit einem Raketenwerfer runter. Das ist bestimmt geil. Ja, gut. Oder wenn du halt rausgeschossen wirst, deine Leiche fliegt hinten raus wie aus so einem Transporthelikopter. Alter, Maurice. Maurice, dreh mal um und versuch mal durch die Kuppel zu fliegen. Haha. Ach, gehen auf. Wenn du das mit dem Ding schaffst hast, dann mein Respekt. Nice misspast alde. Den hole ich jetzt. Mit nem Crossbow. Alter, hast du mich erschrocken. Hör auf, hör auf. Hör auf, wir müssen in sembla nächsten Rasen nehmen. Unterschwaden. Aber da ist die große Base. Also ne? Maurice, gidd mal Gas da. Fliegst du so langsam? Ja, weil... ... Alumni. Ja bei Portschett, ne. Muss man jetzt hauern. Ualala, laaaa, laaa. Nullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullull energetics der drückt gegen energetics nix nicht pressen warum brennt das ding bei euch weil er halt ein bisschen voll das wort ihm geil das ding ist mega auf jeden fall macht spaß auch wenn es halt wie sie ist für kleine gruppen gut wir haben es überlebt wenn auch gestorben aber erfolgreich wir haben wir bekommen ja gut hören dass die granatenwerfer kann ich war nicht noch genau metallmaske akabatis steinmauer ok wie viel schrott haben ich nicht ich habe 50 ich habe 470 also circa 500 fast alles klar gut gemacht dann bis zum nächsten mal tschüss reingehauen tschau 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 tschau